Ja, und das ist jetzt hier eine Probeaufnahme. Mal gucken. So, wollen wir mal fahren? Achtung! Und wir fahren los! Nicht schlecht! Also es handelt sich hier um einen Allradantrieb mit Dualmotor. Der Wagen ist von 0 auf 100 in circa 5 Sekunden und die WLTP-Reichweite ist angegeben mit 533 Kilometern. Aus meiner Erfahrung würde ich sagen, 350 Kilometer sind immer drin. Das hängt natürlich deutlich davon ab, welche Fahrweise ihr an den Tag legt. Einfach, das spielt eine ganz große Rolle. Ja, lasst ein Like da und abonniert den Kanal und wenn ihr mehr von Model Y hören wollt, schreibt das einfach in die Kommentare. Circa 60.000 Euro. Fühlt sich aber hier alles deutlich hochwertiger an. Hallo, hier ist wieder der Mike von Vorsprung Elektro. Und heute fahren wir mal das Model Y. Und das geht jetzt auf die Autobahn. Wir fahren von Flo-To-Exter nach Minden heute. Also eine ganz kleine Strecke. Aber ja, da wollte ich immer mitnehmen. Ich bin sehr dankbar, dieses Auto mal zu testen. Und das ist heute der Fall. Also so fühlt der Wagen sich richtig, ja, wie ein richtiges Auto an. Tatsächlich. Es ist nicht nur ein Smartphone. Es fährt wirklich wie ein Auto. Sehr straff gefedert. Und ja, Beschleunigung ist natürlich mega. Ja. So, sind wir gleich auf der A2. Wollen wir mal gucken. Boah. Jo. So, 40. 50. 60. 70. Ja, spaßig. Die Beschleunigung ist sehr spaßig. Wirklich super. Aber man merkt die Höhe, muss ich sagen. Also jetzt so ist der Wind irgendwie, das ist doch die erhöhte Sitzposition. Ist zwar einerseits angenehm, aber jetzt gerade wirkt es doch sehr wackelig. Und wir fahren 130. Gehen wir mal runter ein bisschen. 125 machen wir mal. Ja, jetzt seht ihr noch ein paar Bilder vom Tesla Model Y. Viel Spaß bei der Rundumsicht. 23 25 25 34 35 39 bist Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020